In diesem Video wollen wir wieder eine kurze Wiederholung gemeinsam machen und anschließend ein paar Wurzeln mit Papier und Stift berechnen. Kommen wir zur Wiederholung. Im letzten Video haben wir uns ja damit beschäftigt, was die ente Wurzel aus einer Zahl eigentlich ist. Und die dritte Wurzel aus 8 ist ja gleich 2. Denn, wenn wir uns die Frage stellen, welche Zahl die größer gleich 0 ist, muss ich 3-fach mit sich selbst multiplizieren, um die Zahl 8 zu erhalten. Und darauf lautet die Antwort 2. Denn 2 mal 2 mal 2 ist gleich 8. Schauen wir uns dazu dieses Fenster an. Und bevor ich mit dem Rechnen starte, würde ich dich bitten, dass du versuchst, die ganzen Wurzeln alleine zu ermitteln. Drücke am besten dazu jetzt auf Pause. Schauen wir es uns gemeinsam an. Also die dritte Wurzel von 8 ist 2, wie wir auch schon auf der ersten Folie in diesem Video gesehen haben. Da eben 2 mal 2 mal 2 gleich 8 ist. Beim zweiten Beispiel ist die Wurzel von 9 gesucht und die ist gleich 3. Da 3 mal 3 gleich 9 ist. Wichtig, minus 3 ist hier kein zulässiges Ergebnis, obwohl minus 3 mal minus 3 gleich 9 ist. Aber wir haben ja im vorhergehenden Video gesehen, dass sowohl die Lösung als auch der Wert unter der Wurzel größer gleich 0 sein soll. Kommen wir zur dritten Aufgabe. Hier haben wir die dritte Wurzel aus 1,27 ist gesucht. Das ist jetzt 1 Drittel. Da 1 Drittel mal 1 Drittel mal 1 Drittel eben 1,27 ist. Kommen wir zu viertens. Hier haben wir die Quadratwurzel aus einer Zahl, die wieder zum Quadrat genommen wird. Und da erhalten wir dann wieder die Zahl. Da eben die Zahl mal sich selbst gleich die Zahl zum Quadrat ist. Wichtig, das geht nur, da die Zahl unter der Wurzel positiv ist. Kommen wir zum fünften Beispiel. Hier wollen wir die dritte Wurzel aus 42 hoch 42 ermitteln. Und das ist 42 hoch 14. Da eben 42 hoch 14 mal 42 hoch 14 mal 42 hoch 14 eben 42 hoch 42 ist. Da benötigen wir nämlich die Potenzrechenregeln. Und Potenzen, deren Basis gleich ist, da dürfen wir dann ihre Exponenten addieren. Und 14 plus 14 plus 14 ist eben 42. Kommen wir zu sechstens. Hier erhalten wir 1. Und bei siebentens wollen wir die 42. Wurzel von 0 ermitteln. Und das ist eben wieder 0. Und bei achtens wollen wir jetzt die Quadratwurzel von 9,25 ermitteln. Das ist 3,5. Weil 3,5 mal 3,5 eben 9,25 sind. Und das letzte Beispiel ist wirklich schwierig. Also da schreibe ich mal ein großes Achtung hin. Ihr müsst euch aufpassen. Wir haben hier eine Wurzel von einer negativen Zahl, die ins Quadrat genommen wird. Hier dürfen wir Wurzel und Quadrat nicht wegkürzen. Sondern wir müssen folgendes machen. Wir berechnen zuerst das Quadrat aus. Und das ist die Wurzel von 4 daneben. Und die Wurzel von 4 ist eben 2 da. 2 mal 2, 4 ist. Das ist somit etwas gefinkelt. Achtet darauf immer, wenn ihr seht, dass eine negative Zahl unter der Wurzel steht, dann muss man doch etwas mehr überlegen. Und man kann nicht einfach straight forward arbeiten. Und hier siehst du noch einmal die ganzen Lösungen, die habe ich für dich zusammengefasst. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir Wurzeln per Hand berechnen. Falls dir das noch nicht ganz klar ist, wiederhole am besten die letzten beiden Videos. Ansonsten hoffe ich, dass du viel gelernt hast. Und bis zum nächsten Video.